Warum haben Sie uns nie erzählt, dass Sie eine Heldin waren? Ich hatte selten Glück im Leben. Vielleicht ist heute dein Glückstag. Ich bin Lona. Hi, Anna. Hey, Uppe! Bleib mal stehen! Will der Typ uns etwa umbringen? Ganz einfach, junger Mann. Wir sind keine Helden. Was zur Hölle war das denn? Victor, Sie haben es irgendwie geschafft, aus dem Raum rauszukommen. Vierte Etage. Vierte Etage. Vierte Etage. Vierte Etage. Gute Etage. Vierte Etage. Vierte Etage. Vielen Dank.